Boah, ich hab Balsami. Oh, die Alli. Boah. Hallo ihr Lieben. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einer Smoothie Challenge. Ja, entweder eine leckere oder eine egelhafte. Das möchten wir beide noch nicht. Wir haben hier ein Glücksrad und das entscheidet, welche Zutaten wir in unsere Becher. Wir haben immer den großen Smoothie Mixer, einmal den kleinen Smoothie Mixer. Genau, und hier hinten ist jeweils, je nach Nummer, aufgeschrieben, was es ist. Also da kann Aioli-Soße dabei sein oder auch Cookies oder Eis oder Bananen. Genau, das kommt drauf an und wir dürfen fünfmal drehen. Ich hätte gerne Milch, Banane. Bananen püriert mag ich nämlich, Cookies wäre gut. und von dem Schoko-Eis hätte ich gerne auch ein bisschen. Also vielleicht haben wir einen Check-Pod, vielleicht auch nicht. Willst du denn direkt starten? Äh, würde ich machen. Dann würde ich aber auch den... Ich starte und nehme den kleinen Becher. Ah, okay. Machen wir so. Jetzt auch den großen. Ich komme einmal neben dir rum. Seiten wechseln. Oh, das war sehr schwach gedreht. Was ist es geworden? Es ist die Nummer 11. Und das ist Puderzucker. Ja, das geht ja. Das startet doch schon mal ganz gut. Gar nicht so schlecht. Nehmen wir so ein bisschen, ne? Wir müssen es ja nicht übertreiben. So, gut, dann drehe ich einmal. Spannung, Spannung. Nummer 7. Oh, Upp-Joghurt. Okay. Äh, klingt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also, das finde ich schon mal gut. Das, äh, damit kann ich, damit kann ich leben. So, du bist wieder dran. Ich guck. Ja. Die Nummer 11. Hatte ich schon. Okay, dann nochmal. Ja, dann nochmal. Direkt nochmal. Die 1. Die 1 ist Buttermilch. Hm. Ja, das läuft doch. Nicht so schlecht. Das läuft jedoch ganz gut für mich. Ich schreie es nicht so laut raus. Es tut mir leid. Ich halte mich vornehm zurück. Wir werden den Smoothie natürlich am Ende auch kosten. Okay, wir gehen in die Bekup-Position. Nummer 7 schon wieder. Was ist denn hier los mit uns? Okay, dann nochmal. Ich gehe mal kräftiger. Die Nummer 9. Das ist Milch. Äh, sehr gut. Ich bin hier. Auch bin ich so leid. Ich habe mit sowas eigentlich immer nicht so viel zu tun. Also, Leute, wir haben hier Balsamico drin. Wir haben hier Chili-Sauce drin. Wir haben hier Knoblauch-Sauce. Ich nehme mal ein bisschen mehr durch. Wir drehen nur Milch, Joghurt, Puderzucker. Ja, aber das ist, also ich bin ja... Es kann doch dicke kommen. Ich habe normalerweise nicht so viel Krippe, was sowas angeht. Lass mich so große Töne gucken. So. Die Nummer 5 hast du. Das ist der Arizona Ice-Tee. Okay. Butter, Milch, Puderzucker, Arizona... Na ja. Könnte schlimmer sein. Ich glaube, Eva trinkt es trotzdem. Ich trinke es trotzdem. Du hast zwei Zutaten. Zwei Zutaten habe ich noch, ja. Okay. So. Ich habe dir was drin gelassen. Jetzt ist es die 8. Boah. Ich habe Balsami. Oh. Okay, das wird ekelhaft. Ähm. Wie viel? Ja. Reicht, 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 reicht. Wir sind schon. Hier liegt jetzt auch schon so ein leichtes Aroma in der Luft. So, das ist mein viertes Mal, ne? Ich schüttelst gleich total, ey. So. Na los, jetzt mal was richtiges. Die Nummer 3 hast du. Die Nummer 3? Oh. Oh, die Ali. Oh. Ali, oh, die Soße. Oh. Hier. Oh. Also, wäre ich jetzt fahren, würde ich sagen, noch mehr, bitte. Nein, 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 nein. Das war ganz schön. Okay, nee. Passt. Also, ich sage ja. Ja. Das ist, glaube ich, okay. Zwei. Dr. Pepper. Hier, Schlimmung. Hauen wir mal rein hier, ne? Uh. Das wird ja noch püriert. Das wird ja noch püriert. Vielleicht bekommt es dadurch noch eine wundervolle Farbe. Das riecht ganz merkwürdig. Okay, du bist dran. Deine letzte Zutat entscheidet. Ich möchte Cookies. Ich möchte Cookies. Ii, Nummer 8. Das ist der Bersaliko. Er ist schon wieder. Oh, Ii. Boah. Oh, du tust mir leid. Ich habe gerade voll mitleid mit dir. Okay, ist drin. Gut, dann meine letzte Zutat noch. Ey, wir haben so gut gestartet, ne? Wir haben so gut angefangen. Und dann geht das jetzt so dermaßen runter. Die 3. Hattest du die schon? Oh, Loli. Nee, die hatte ich. Wie schön. Wie schön. Ich liebe Aioli, ne? Ich liebe Knoblauch. Aber in einem Smoothie brauche ich die eigentlich. In Kombination mit Fruit. So viel rein, das ist einfach alles übertönlich. So, gut. Dann lass uns mal mixen hier. Lass uns die Spiele hier beginnen. Oh, wie man das sagt. Ja. Dann. Also viel zu probieren gibt es da hier nicht. Habe ich mir gerade so gedacht. Aber es muss ja alles gut durchgemixt sein. So, ich brauch uns mal zwei Käse, ne? Ja. Also ich bin nicht empfindlich, ne? Ich bin nicht empfindlich, aber das ist schon richtig widerlich. Okay. Aber es sieht gut aus bei dir. Ja, es kann ja mal sagen. Oh. Die Milch, das riecht gleich so, als würde es alles schlecht sein. So, durch dieses... Durch Knoblauch und Milch. Deiner ist aber auch nicht hässlich. So schön neulich vorheime, ja? Oh, wie schüttelt's so, ne? Boah. Ich, mir kommt's gleich hoch, ey. Wenn ich nur dran denke. Wie gesagt, dieses Knoblauch ist so penetrant ekelhaft. Boah. Boah, das ist echt hart. Oh, ist das ekelhaft. Oh, ist das... Boah, das schmeckt voll nach Knoblauch, Joghurt und Milch. Und durch den Knoblauch schmeckt die Milch, als wäre sie schlecht. Ähm. Eva, klar. Gleich nochmal. Hau rein. Ne. Boah. Ich hab das auch. Ich hab dieses Milch von der Buttermilch. Und dann hab ich den Knoblauch. Und dann noch halt dieser Geschmack von dem Arizona Ice Tea, der nach Honig schmeckt. Also, ich glaub... Ich probier deinen mal. Vielleicht ist der beste. Klar. Koste. Also, ich probier deinen jetzt nicht freiwillig. Meiner ist schlimmer. Echt? Meiner ist definitiv schlimmer. Geht's noch schlimmer? Ja. Der ist gut dagegen. Also... Boah. Ich hab gewonnen. Nein, deswegen gibt's keine Gewinner. Doch, der Punkt geht definitiv an dich, weil du hast beides getrunken. Ich hab beides getrunken. Also, Respekt. Ich hab den Vergleich. Respekt. Also, dieser hier mit dem Knoblauch, das ist echt, das ist massiv ekelhaft. Würden wir das heute austrinken, würde das Klo heute grüßen, denke ich. Ja, aber... Kommentare, wenn wir mal unsere liebsten Smoothie-Rezepte zeigen sollen. Gerne unten reinschreiben. Und wenn ihr sowas Verrücktes auch schon mal gemacht habt, man braucht hier wirklich nur an den Kühlschrank gehen, ein paar Sachen rausholen. Man braucht von allem nicht viel, das ist auch der Vorteil. Ja, man kann das alles natürlich nachher noch essen, was wir natürlich auch wieder tun. Genau, es wird nix weggeschmissen. Ich freue mich sehr auf den Eistee gleich. Bis auf, eventuell der Klauch. Ja. Das ist irgendwie. Ja. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was Nettes unten in die Kommentare. Kanal abonnieren, kleine Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.